ja ich habe mich gefangen warum denn noch ein kopf kommt was wie habe ich lassen geschafft es gibt eine spezielle fähigkeit du kannst mit einem fläschchen wenn du flächen deinen kameraden abwürfst es macht einen schaden dafür gibt sie die heilung das ding ist mein ein mein magier hatte noch ein verfickten hp was passiert es passiert nur mir